Herzlich willkommen bei Steine im Weltall. Wie ihr feststellt, sind wir heute zurück an unserem Fensterbrett. Wir haben ja letztes Mal gesagt, dass wir hier hinten die Plates auslegen. Haben wir jetzt auch schon mal gemacht. Ihr seht zwei 32er Baseplates. Wir haben noch ein bisschen was herangestückelt mit 16x16er Plates und 8x16 und einem kleinen Reststück. Und jetzt spielen wir erstmal Steine verschwinden, jede Menge Slopes und das Ganze natürlich auf den besagten Plates. Sprich, wir bauen heute die rechte Seite vom Berg auf. Und ihr seht jetzt anhand den Bildern, wir haben gesagt, okay, wir machen eine kleine räumliche Trennung in den Bergen rein. Haben also vorne so eine, ich sage jetzt mal, Felszunge nach vorne gebaut. Und rechts natürlich wieder angepasst, dass wir schön den Schwung vom Fensterbrett mitnehmen können. Wie ihr auch bemerkt, haben wir uns ein paar Felsteile besorgt. Zugegeben, ein ganz klein wenig kommt da auch der Schwabe durch. Denn es ist ja, ihr habt es auf der linken Seite schon gemerkt, doch ein ordentliches Grab an Slopes und Bricks. Und da haben wir gedacht, ja, ein bisschen Stabilität kriegen wir rein mit den Felsteilen. Wir brauchen einen Ticken weniger Bricks. Und wir schaffen es trotzdem, die regelmäßige Unregelmäßigkeit bei der Felsgestaltung aufrecht zu erhalten. Haben wir also angefangen. Und das Ganze ging dann doch recht ordentlich vorwärts. Ihr seht, wir sind jetzt hier schon so weit, dass wir quasi die Felszunge fertig gebaut haben. Wir haben wieder unsere Kristalleinschlüsse drin. Und ja, immer noch jede Menge Bricks, die wir verbauen. Keine Sorge, es geht relativ zügig voran. Wir halten uns wieder nicht so lange auf mit dem Felsbau. Wir zeigen immer nur kurze Einspieler und Aufnahmen davon. Es ist tatsächlich doch recht langweilig, wenn man so zuguckt, wie so ein Berg entsteht. Er sieht immer super toll aus, wenn er denn fertig ist. So sieht er jetzt auch im Übrigen im fertigen Schnitt aus. Es kommen jetzt nach unten die Plates auf die Baseplates drauf. Und dann können wir endlich an die Bepflanzung des Teilstückes gehen. Ja, jede Menge Steine, die reinfließen, ganz viel Arbeit. Man sitzt auch wirklich ein paar Stunden dran, hat dann endlich sein fertiges Ergebnis, ist sehr begeistert davon. Und für den Zuschauer mag es doch eben ein wenig langweilig zu sein. Es gehört trotzdem dazu zur Weltgestaltung. Ergo, wir sind jetzt so weit. Gucken wir uns jetzt aber mal so langsam an, dass wir doch etwas Spannenderes machen und gehen ran hier. Es wird grün. Nein, bunt. Ihr habt Carlas energische Stimme vernommen und wer bin ich, ihr zu widersprechen? Natürlich, unsere Pflanzenwelt bleibt weiterhin fröhlich bunt. Es ist trotzdem ein bisschen grün dabei. Ihr seht es hinten an der neuen Pflanze, die wir im Übrigen mit Hidden Side Frisuren und einem Seegras gestaltet haben. Es sind wieder die üblichen magentafarbenen und lavendelfarbenen Blätter dabei. Rote Kristalle sind drauf, dann die Grashalme, die wir haben, die kleinen Blümchen sind wieder mit dabei. Und ihr seht auch ein, zwei Kristalladern wieder unten am Boden, die wir verbaut haben. Alles in allem orientieren wir uns natürlich pflanzentechnisch wieder auf der linken Seite. Das ist ja immerhin in der gleichen Region. Ergo wird die Pflanzenwelt nicht ganz so unterschiedlich sein. Auch wenn wir nochmal ein paar Bäumchen neuerer Art eingezogen haben, dazu später nochmal mehr. Wir machen einen kleinen Ausflug in die andere Welt. Aber jetzt erstmal Sigfig Alarm. Heute begrüßen wir Soldier von Soldiers Brick Camp. Er baut auf seinem Kanal ein Museum und ist bei uns in raumtauglicher Ausführung angekommen, inklusive einem Gleiter. Und wir haben auch schon den perfekten Platz für ihn. Link zu seinem Kanal oben in der Infobox, unten in der Beschreibung. Und wir spannen euch auch gar nicht lange auf die Folter, denn jetzt geht wirklich tatsächlich mal wieder etwas voran im Bau von einem Areal, Mini-Gebäude, sag ich mal. Wir bauen erstmal mit grauen Bricks und ein paar Plates einen Sockel. Ja, keine Sorge, wir wollen keine Statue aufbauen. Ihr müsst nicht den Vorschlaghammer auspacken, alles gut. Aber ihr erkennt, wenn ihr so mal den Bau verfolgt, es wird sich definitiv um ein abgesperrtes Areal handeln. So erkennt man jetzt zumindest auch mal an den Säunen, die drumherum sind. Klar, zum einen Schutz vor der Felskante, Schutz, dass die Leute nicht runterfallen, Schutz, dass sie nicht in die Pflanzen reinrennen. Und jetzt erkennt ihr eine Rohrleitung und tata, es scheint ein Tank zu werden. Man erkennt es am Oktan-Logo. Im Übrigen ein Bauteil aus dem Monkey Kid Set, das Galactic Explorer heißt er, glaube ich. Dann haben wir eine kleine Satellitenschüssel und eine Raketenabschussrampe. Und wer jetzt genau hinguckt, erkennt, aha, da ist so eine Rakete auf einem Fliesenstück aufgedruckt und eines der ersten Space Rover und tata. Wir haben uns nämlich gedacht, wir bauen hier auf diesem Felsgrad ein Stückchen Museum auf. Museum, Soldier, aha, also wunderbar. Wir haben nämlich gedacht, wir bauen hier einmal die erste Rakete hin, mit der man nach Pandemica gelandet ist und von wo aus die Raumfahrer aufgebrochen sind. Aufgebrochen sind, Entschuldigung. Und ja, da haben wir gedacht, Mensch, das passt doch super hier, Soldier quasi, deren Museum baut, auch als Museumsführer hier bei uns auf die Welt reinzubringen. Es sind schöne Details verbaut, eben die Fahrzeuge, ein paar Besucher, auch Aliens, die da sind und sich das angucken. Und ja, wir packen das Ganze jetzt hoch aufs Fensterbrett und so sieht es dann auch in Natura aus. Und jetzt erkennt er auch einmal die SIG-Fliese von Soldier und sein Gleiter. Er hat jetzt gerade seine Führung beendet und hebt wieder ab. Ist natürlich perfekt, wenn man, wie jetzt in diesem Fall, gleich sofort, wenn man das SIG-FIG bekommt, einen perfekten Platz für sie hat. Versuchen ja, für alle SIG-FIGs zu finden. Wir sagen auf jeden Fall nochmal, herzlich willkommen, Soldier. Es ist heiß. Ja. Ab an den Strand. Ja. Okay, so viel Spaß muss sein. Es war die Woche über wirklich unglaublich heiß, während wir gebaut haben. Ergo haben wir gedacht, komm, wir machen einen kleinen Ausflug an den Strand. Die Palme habt ihr schon im Community-Tab entdecken können, vielleicht auch auf Instagram. Und wir haben gedacht, Mensch, komm, die nehmen wir ins Video mit rein. So könnt ihr sehen, welche Teile haben wir verwendet, wie haben wir sie gebaut und wie sieht sie im Fertigen aus. Es ist kein großes Hexenwerk, die nachzubauen. Eben ein paar Stangen in der Mitte drehen, damit das Ganze stabilisiert ist. Oben die Palmblätter ran. Keine wirklich teuren Teile, unserer Meinung nach kann man schon super zu Hause nachbauen. Wer also Lust hat, auf einen Alien am Strand. Viel Spaß beim Nachbauen. Und damit ihr nochmal seht, wie sieht das Ganze aus Detail aus. Wir haben also nochmal kurz das Minidiorama abfotografiert. So, jetzt gehen wir aber wieder zurück an das Fensterbrett. Und wenn wir das Fensterbrett filmen, sagen wir immer... Oh, guck ein Fenster! ...müssen wir was gegen tun. Ja. Hashtag ran an die Tapete, da ist grüßen. Wir müssen tatsächlich was tun, dass wir dieses formschöne Fenster nicht die ganze Zeit irgendwo auf den Aufnahmen zu sehen haben. So ein Rollladen ist wirklich unglaublich dekorativ. Und ich kenne ja immer die Diskussion um unsere weiße Tapete. Algo haben Carla nicht entschieden. Da tun wir was. Hier können wir nämlich was machen. Und oho, 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 tatsächlich endlich ist der Sternenhimmel über Pandemica eingezogen. Wir haben ein schönes Rollo gefunden mit ein paar Sternchen drauf. Und das Ganze in einem Blauton quasi als Hintergrund macht sich richtig gut. Und wir haben jetzt den Vorteil, ihr seht den Rollladen nicht. Wir haben quasi das Fenster dekoriert. Und jetzt fehlt eigentlich nur noch eine Sache, damit der Nachthimmel nicht ganz so leer ist. Wir haben uns nämlich überlegt, Mensch, wir haben ja noch ganz viele Raumschiffe. Und da hängt immer noch eine Vorhangstange dran. Ergo, wir bauen noch ein paar Schiffchen an die Vorhangstange. Und zwar dieses Teil. Ein Schiff aus der Monkey Kid Serie, der Jet des weißen Drachenpferdes. Und hier haben wir einen Nylonfaden. Ergo, das wird jetzt ein bisschen drum herum gewickelt. Und dann haben wir auch schon die Aufhängung fertig für dieses Raumschiff. Ihr kennt den Faden von der Titanic. Das heißt, da passt ganz schön viel ran an die Vorhangstange. Nicht ganz so viel. Deswegen sind es nur zweimal dieses Schiff geworden. Denn wir haben das Set tatsächlich zweimal gekauft. Wir fanden das wirklich grandios und toll. Ergo, zweimal der Jet am Nachthimmel im Paarflug über Pandemica. Ja, man sieht den Faden vor dem dunklen Hintergrund auf der Kamera sehr, sehr präsent. In echt sieht es nicht ganz so auffällig aus. Da könnt ihr euch sicher sein. Ja, wir haben den Nachthimmel gestaltet. Und jetzt gucken wir an, was machen wir das nächste Mal. Da haben wir nämlich endlich hier die Platte vor uns. Die wollen wir bebauen. Seid gespannt, was da drauf kommt. Wir räumen jetzt schon mal ein bisschen leer. Und dann geht es dann in der nächsten Folge auch ordentlich los mit der Bebauung der Platte. Jetzt sagen wir einmal wieder. Tschüss, eure Steine im Weltall. Und dann packen wir jetzt bei einem